Das war köstlich für mich, zu sehen, wie Peter dann doch vor der Sendung ein bisschen zappelig war und Laura und ich da rumalberten und ganz entspannt waren. Und dann stellte Laura ein, ja, das kann nur Laura. Na Peter, bist du vor sowas eigentlich noch nervös? Und dann hat er wirklich gestanden und man hat ihm das auch ein bisschen angemerkt. Aber ich finde, er hat sich da von Minute zu Minute auch von diesem Konzept und von den Fragen, die da so auf diesen Papieren geschrieben waren, gelöst und hat ja irgendwie sich wirklich interessiert. Das ist das Wichtige. Du musst dich für das, was du fragst, auch interessieren. Das hat es so echt gemacht. Ich kenne Reinhold natürlich und mag ihn sehr und finde auch ganz toll, was er beruflich macht. Also der ist ja auch Musiker. In Wahrheit sind wir alle verkappte Musiker. Ich glaube, jeder wäre gern Rockstar. Und es war Sommer, es war Sommer. Es war Sommer. Es war Sommer. Untertitelung des ZDF, 2020